Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Die Kraft, die uns zur Verfügung steht, ist kein Freifahrtschein, um alle Schwierigkeiten vermeiden zu können. Stattdessen befähigt sie uns, unsere Probleme anzugehen, hindurchzugehen, sie zu bewältigen, darüber hinwegzukommen und dann dasselbe Prinzip im Leben anderer anzuwenden. Heute will ich mit euch über die Autorität und die Kraft sprechen, die euch als Christen zur Verfügung stehen. Matthäus 16, wir beginnen mit Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Ihr müsst also wissen, wer er ist. Sie aber sagten einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia. Ihr spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich liebe, was Hiob gesagt hat, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ich sage euch etwas, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, wenn ihr irgendwie in der Lage seid, diese verrückte Geschichte zu glauben, dass Gott in der Gestalt seines eigenen Sohnes auf die Erde kam, dass es nur einen Gott gibt, der aber aus drei verschiedenen Personen besteht, und dass eine von ihnen durch die Kraft und die Weisung des anderen ans Kreuz ging, all eure Sünden auf sich nahm, dafür bezahlte und dann von den Toten auferstand und euch jetzt die Kraft gibt zu leben. Wenn ihr das glauben könnt, solltet ihr Gott dafür danken, denn dann hat er euch eine Offenbarung geschenkt. Ihr könnt nicht alles glauben, nur weil ihr es wollt. Gott muss uns Dinge offenbaren. Wir brauchen Erkenntnis. Ich danke Gott für alles, was ich glauben kann. Ich danke Gott, dass ich mir den schrecklichen Zustand der Welt ansehen und sagen kann, ich glaube, dass Gott jetzt hier ist und dass er mich beobachtet. Ich glaube, dass Engel mich begleiten und dass Gott einen Plan hat. Ich bin voller Hoffnung, voller Freude und Frieden. Wenn jemand fragt, welchen Beweis habe ich dafür, sage ich, ich weiß es ganz tief in meinem Herzen, ich habe eine innere Gewissheit. Aber woher weißt du das? Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ich habe eine tiefe innere Gewissheit. Und in Vers 18 sagt Jesus, Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen, damit meint er Petrus Glauben, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Haar des Pforten werden sie nicht überwältigen. Versteht ihr mich? Ihr seid die Gemeinde. Die Mächte der Hölle können euch nichts anhaben, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Vielleicht habt ihr noch nie etwas vom Binden und Lösen gehört. Aber ich habe schon vor langer Zeit Predigten darüber gehört. Ihr könnt binden und lösen. Ich band den Teufel und löste den Heiligen Geist. Aber wisst ihr, der Heilige Geist war bereits gelöst. Er musste nicht gelöst werden. Die Bibel sagt uns jedoch, wofür wir wirklich Autorität haben, nämlich den Himmel auf die Erde zu bringen. Was immer der Himmel zulassen würde, können auch wir zulassen. Was immer ihr nicht zulassen würde, sollten auch wir nicht zulassen. Würde der Himmel Unversöhnlichkeit zulassen? Ihr habt Autorität über Zorn, über Bitterkeit, Groll und mangelnde Vergebungsbereitschaft. Ihr habt die Macht, den Himmel auf die Erde zu bringen. Ihr habt die Macht, den Himmel in eure Familie zu bringen, indem ihr nach den Prinzipien handelt, die in der Bibel so schön beschrieben sind. Die Verheißungen Gottes sind mit Bedingungen verknüpft, aber Gott hat uns die Kraft gegeben, diese Bedingungen zu erfüllen. Das ist die gute Nachricht. Ihr müsst nicht ständig ärgerlich auf andere sein. Vielleicht werdet ihr ärgerlich, aber ihr müsst es nicht bleiben. Warum? Weil ihr den Geist der Selbstbeherrschung habt. Es interessiert mich nicht, wie ihr euch fühlt. Ihr habt Kraft. Ihr habt die Kraft, euch über eure Gefühle hinwegzusetzen. Ihr habt einen Willen, einen freien Willen und die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn mich der Teufel doch nur in Ruhe lassen würde. Das wird er nicht tun. Wie oft muss ich euch das noch sagen, wenn er mich nur nicht versuchen würde. Ihr werdet versucht werden. Die Kraft, die uns zur Verfügung steht, ist kein Freifahrtschein, um alle Schwierigkeiten vermeiden zu können. Stattdessen befähigt sie uns, unsere Probleme anzugehen, hindurchzugehen, sie zu bewältigen, darüber hinwegzukommen und dann dasselbe Prinzip im Leben anderer anzuwenden. Einverstanden? Ich hatte keinen schönen Start ins Leben, aber ich werde mein Leben gut beenden. Ja, wirklich. Ich hatte einen lausigen Start. Leider lassen viele Menschen ihren Start zu ihrem Ende werden. Sie bleiben in dem Moment ihres Lebens stecken, in dem etwas Schreckliches passiert ist oder jemand sie unfair behandelt hat. Sie bleiben einfach stecken und bewegen sich nicht mehr vom Fleck. Aber heute solltet ihr euch davon lösen. Schüttelt euch und sagt, ich verstehe, was du sagst. Ich weiß, was du meinst. Ich habe Kraft und Autorität. Jesus ist in mir. Alles, was ihr tat, hat ihr für mich. Ich muss nicht so weiterleben. Ich kann meinen Kopf heben, meine Schultern zurücknehmen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Teufel, halt die Klappe. Du beherrschst mein Leben nicht länger. Amen. In Matthäus 18 geht es erneut um das Binden und Lösen. Was immer ihr auf der Erde bindet, muss auch im Himmel gebunden sein. Was immer ihr auf der Erde löst, muss auch im Himmel gelöst sein. Jesus spricht hier mit Petrus und sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden. In der Übereinkunft liegt Kraft, aber ich komme mit meinem Mann nicht klar. Du könntest es aber. Wir sind uns überhaupt nicht ähnlich, Dave, und ich auch nicht. Wir sind uns absolut nicht ähnlich. Wir denken über vieles sehr verschieden, aber wir haben gelernt, mit Meinungsverschiedenheiten friedlich umzugehen. Wir haben aufgehört, den anderen verändern zu wollen, schon vor langer Zeit. Ihr könnt sehr viel Frieden zu Hause haben, wenn ihr einfach aufhört, euren Ehepartner zu bearbeiten, so zu werden wie ihr. Habe ich recht? Dave und ich kommen jetzt fast schon erschreckend gut miteinander aus. Früher regte ich mich über alle möglichen unsinnigen Dinge auf. Ich besaß die Autorität und die macht das zu ändern, aber ich ließ mich von meinen Gefühlen beherrschen. Hört ihr mir zu! Ihr könnt in Übereinstimmung leben. Wenn ihr die Entscheidung trefft, in Übereinstimmung zu leben und einen Weg zu finden, wie ihr miteinander auskommt, werdet ihr Antworten auf eure Gebete erhalten. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten. Aber das bedeutet nicht, dass ihr die ganze Woche streitet und dann für ein Wunder betet. Ihr müsst in Übereinstimmung leben. Dann fragt Petrus, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben, bis siebenmal? Und Jesus antwortet, nein, wie wäre es mit siebzigmal, siebenmal? In anderen Worten, ihr habt die Kraft zu vergeben und zu lieben und immer wieder zu lieben, bis die Liebe Gottes all das Böse in der anderen Person verdrängt hat. Ich sehe, ihr seid unsicher. Ich lasse euch mal eine Weile darüber nachdenken. Wisst ihr, worum es eigentlich geht? Manche von uns genießen es, wütend zu sein. Als Gott zu mir sagte, du kannst bemitleidenswert oder kraftvoll sein, aber nicht beides, fiel es mir sehr schwer, meine Selbstmitleidsparty aufzugeben, weil ein Teil von mir sie genoss. Ich darf überhaupt nicht mehr rumsitzen und mir selbst leidtun? 1. Johannes 3, Vers 8 Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Nun wisst ihr was? Wir müssen da weitermachen, wo Jesus aufgehört hat. Wir haben die Macht, alles zu sein, worum Gott uns bittet. Apostelgeschichte 1, Vers 8 Als Gott in den 70er Jahren mein Leben mit seiner Kraft berührte, war ich bereits gläubige Christin und ich glaube, ich wäre in den Himmel gekommen, wenn ich damals gestorben wäre. Aber ich hätte hier keine Minute im Sieg gelebt. Ich arbeitete in der Kirche mit, aber ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte, in der realen Welt mit ihren realen Situationen ein echter Christ zu sein. Ich sage euch etwas, jeder kann glücklich sein, wenn alles nach Plan verläuft. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes nicht, um glücklich zu sein, wenn ihr euren Willen bekommt. Aber ein wahrer Christ besitzt die Fähigkeit, ein ruhiges Gemüt zu bewahren, ganz gleich, was in seinem Leben vor sich geht. Wisst ihr, ich will es nicht hinnehmen, wenn ich Bitterkeit in mir trage. Wenn ich ärgerlich werde, komme ich irgendwie darüber hinweg. Vielleicht muss ich mich zurückziehen und auf die Knie gehen. Und dort bleibe ich dann so lange, bis Gott mir die Gnade schenkt, so zu handeln, wie ich handeln soll. Aber ich fühle, ich fühle, ich fühle. Sie haben mich nicht richtig behandelt und ich denke, ich denke, ich will, ich will, ich will, ich denke, ich fühle, ich will, ich denke, ich fühle. Das ist die Seele, das ist fleischliches, seelisches Christsein. Ihr habt die Autorität, auf der Erde zu binden, was der Himmel bindet, und auf der Erde zu lösen, was der Himmel löst. Ihr könnt sagen, das will Gott im Himmel nicht haben und ich will es hier in meinem Leben auch nicht haben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Fähigkeit, Tüchtigkeit und Macht. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das bedeutet mehr als nur, anderen etwas vom Christsein zu erzählen. Ich war im Evangelisationsteam meiner Kirche und klopfte jede Woche an Türen und erzählte den Leuten von Jesus. Aber ich hatte nicht die Kraft, mich in meiner Familie wie Jesus zu benehmen. Das Tun ist gar nicht so schwierig. Es geht um das Sein. Das Sein, denn wenn ihr etwas seid, dann seid ihr es die ganze Zeit. Gott ist Liebe. Deshalb knipst er sie nicht an und aus. Sein Wesen ist Liebe. Wer ihr seid, zeigt sich in dem, was ihr tut. Wir versuchen jedoch oft etwas zu tun, um zu beweisen, dass wir jemand sind. Gott möchte, dass wir wissen, wer wir sind, und aus diesem Wissen heraus handeln. Dann ist unser Tun die Frucht dessen, wer wir sind. Könnt ihr mir noch folgen? Kolosser 3, Vers 12. Ihr als Auserwählte Gottes, als seine ausgesuchten Vertreter, die von Gott gereinigt und geheiligt und geliebt werden, zieht nun an ein Verhalten. Genau so, wie ihr morgens eure Kleider anzieht, könnt ihr auch bestimmtes Verhalten anziehen. Ihr könnt schlechtes Verhalten ablegen, ihr könnt gutes Verhalten anlegen. Wenn ihr euch morgens anzieht, schaut ihr in den Spiegel, und wenn es euch nicht gefällt, zieht ihr etwas anderes an. Viele Christen tragen ein Verhalten zur Schau, das ihnen nicht gut zu Gesicht steht. Es passt ihnen nicht, es sieht nicht gut aus und ist nicht attraktiv. An einem unfreundlichen Christen ist nichts Attraktives. Habe ich recht? Auch wenn euer Auto mit christlichen Aufklebern übersät ist und eure Bibel aussieht wie ein Malbuch, ist an einem unfreundlichen Christen nichts Attraktives. Habe ich recht? Ich bin einfach wütend. Ich hatte einen schlechten Tag bei der Arbeit. Na und? Das ist eine Gelegenheit für dich zu leuchten, stimmt's? Zieht nun an ein Verhalten, das von herzlichem Erbarmen, Güte und freundlichen Gefühlen geprägt ist und habt eine geringe Meinung von euch selbst. Das bedeutet Demut, aber deshalb müsst ihr nicht schlecht von euch denken. Ihr seht aus, als ob ihr denkt. Was redest du da? Ich bitte euch, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Verbringt ihr eure Zeit damit, euch euren Problemen zu widersetzen? Warum bemüht ihr euch nicht lieber, euch der Versuchung zu widersetzen, wie der Teufel zu handeln? Mitten in den Problemen. Ich dachte immer, sich Gott zu unterwerfen und dem Teufel zu widerstehen, bedeutete, dass ich bei jeder Schwierigkeit und bei allem, was nicht im Einklang mit Gottes Wort stand, sagen musste. Ich weise das zurück. Ich binde das. Ich nehme das nicht an. Aber schließlich sagte Gott zu mir, Es nützte überhaupt nichts, wenn du dich dem Problem widersetzt. Die Bibel sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ich will, dass du einige derselben Probleme hast, die die Welt hat, aber dass du über ihnen stehst. Ich will, dass du einige derselben Situationen erlebst wie die Welt, aber völlig anders darauf reagierst. Das ist das Auferstehungsleben, das uns von den Toten emporhebt, während wir noch in unserem Körper leben. Du kannst nicht wissen, was der morgige Tag bringt und sollst dich nicht schon heute darum sorgen. Nun, was ist mit der Versuchung? Es wäre schön, wenn wir keine Versuchung hätten, nicht wahr? Es wäre wunderbar. Aber die Bibel sagt, die Versuchung muss kommen. Sie muss kommen. Deshalb haben wir Glauben. Ihr bräuchtet keinen Glauben, wenn ihr nie versucht werden würdet. Wir müssen lernen, schnell auf die Versuchung zu reagieren. Wir müssen erkennen, dass der Teufel versucht, durch eine Person oder eine Situation zu wirken. Und statt ärgerlich auf die Person oder frustriert über die Situation zu reagieren, könnt ihr die Autorität über den Teufel ergreifen und sagen, du bringst mich nicht aus der Fassung. Du wirst nicht siegen. Hau ab und zermürbe dich selbst. Und wenn du längst erledigt bist, werde ich immer noch hier sein und weiter auf Gott vertrauen. Stimmt's? Matthäus 16 Sagt Kraft Autorität Geht euch in diesem Saal hier langsam ein Licht auf? Ich sage euch, Jesus nahm das nicht hin. Matthäus 16, Vers 21 Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Was für gute Nachrichten. Hey Jungs, ich sage euch was. Wir gehen jetzt in diese Stadt und dort werden sie mich schlagen und kreuzigen und ich werde sterben. Und sie dachten sofort, ja, und wir sind bei dir. Und Petrus Ich liebe Petrus, weil ich ihm so ähnlich bin. Und Petrus nahm ihn beiseite. Hey Jesus, du bist ein wenig verwirrt. Nun komm, du bist der König. Wir haben den Sieg. Sie werden dich weder schlagen noch kreuzigen. Wir werden herrschen. Nicht wahr? Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Aber ich muss euch sagen, dass es Petrus mehr darum ging, was mit ihm passieren würde, als mit Jesus. Er aber wandte sich um. Jesus wusste sofort, dass hier nicht Petrus sprach, sondern Satan, der sich eine von Petrus Schwächen zunutze machte. Seid ihr schon mal in einer Sache an den Punkt gelangt, dass der Teufel euch nicht mehr zu fassen bekam und habt dann bemerkt, dass er sich über die schwächste Person in eurer Umgebung wieder anschleicht? Die meisten eurer Probleme haben mit Menschen zu tun. Petrus war einer der Jünger, die Jesus am Nächsten standen, aber dennoch benutzte der Teufel seine Furcht, um Jesus davon abzuhalten, den Willen Gottes zu tun. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ich liebe das. Geh hinter mich, Satan! Heute Morgen kam mir eine Begebenheit in den Sinn, die mich wirklich ermutigt hat. Sie zeigt uns, was es bedeutet, der Versuchung zu widerstehen. Als erstes sagt die Bibel, dass wir im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden haben. Vielleicht durchlebt ihr eine schwierige Situation und kämpft darum, Befreiung von Gebundenheiten oder Süchten zu erleben. Oder vielleicht macht ihr eine Diät und glaubt, ihr würdet sterben, weil ihr so hungrig seid. Oder wir sagen, Gott, ich muss aus meinen Schulden herauskommen. Und wenn wir uns dann zwei Wochen lang nichts leisten können, glauben wir, das sei der Weltuntergang. Wir müssen lernen, dass es nicht so schlimm ist, wenn es einmal unbequem für uns wird. Dafür können wir später das genießen, was wirklich gut für uns ist. Aber ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht, es ist zu schwer, diese Hungerattacke ist einfach zu stark. Nein, ist sie nicht. Ihr könnt sie durchhalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr es. Nein, du weißt nicht, wie ich mich fühle. Das Mädchen, von dem ich euch erzählen wollte, war ihr Leben lang Stammgast in Nervenkliniken gewesen. Sie kam schließlich in eine christliche Einrichtung für Frauen. Sie hatte Essstörungen und ich glaube, sie ritzte sich auch. Sie sagte, ich habe dein Buch, das Schlachtfeld der Gedanken gelesen und erkannt, dass ich mein Denken gefangen hielt. Nun kommt. Wie ein Mensch denkt. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr versteht, dass die Verheißungen Gottes bereits euch gehören. Ihr kämpft nicht um den Sieg. Ihr kämpft in der Position des Siegers. Versteht ihr das? Ihr habt den Sieg bereits. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das stammt nicht von mir, das alles steht in der Bibel. Ihr seid das Haupt und nicht der Schwanz. Ihr werdet aufwärts steigen und nicht hinunter sinken. Ihr werdet vielen ausleihen, aber ihr werdet euch nichts leihen. Satan hat Macht, aber ihr habt noch mehr Macht. Ihr sollt als Könige im Leben regieren. Paulus betete für die Christen in Ephesus, dass sie die unermessliche, überragende Größe von Gottes Kraft erkennen konnten. Paulus betete dasselbe, was ich heute für euch bete. Ihr habt die Kraft, ihr müsst wissen, dass ihr sie habt. Autorität kommt nicht automatisch. Ihr müsst sie ergreifen. Ihr müsst in dieser Autorität leben. Und ihr lebt nicht in dieser Autorität, wenn ihr nicht wisst, dass ihr sie besitzt. Ihr werdet der Versuchung nicht widerstehen, wenn ihr nicht wisst, dass ihr es könnt. Kommt schon, wenn wir nicht einmal einen Tag lang hungrig sein können. Vor langer Zeit, als jeder, den ich kannte, versuchte, Dämonen auszutreiben, sagte ich, viele Frauen versuchen, Autorität über einen Teufel zu ergreifen und haben nicht mal Autorität über ein Spülbecken mit schmutzigem Geschirr. Also, macht euer Haus sauber. Kommt aus euren Schulden heraus. Bringt euren Körper in Form. Achtet auf euch. Ihr seid das Zuhause Gottes. Er will, dass ihr stark und fähig seid. Dieses Mädchen sagte, Ich las dein Buch, das Schlachtfeld der Gedanken, und heute bin ich frei. Weißt du, wie ich frei wurde? Natürlich war es nicht nur das. Sie bekam auch von anderen Seiten viel Hilfe. Aber sie sagte, Wenn ich merkte, dass der Drang, mich zu übergeben, wieder in mir aufstieg, tat ich Folgendes, Joyce. Ich setzte mich auf meine Hände, damit ich mir nicht den Finger in den Hals stecken und mich auch nicht ritzen konnte. Und ich hatte dein Buch, das Schlachtfeld der Gedanken, auf meinem Schoß und las laut darin, bis die Versuchung vorüber war. Nun kommt, werdet ihr kämpfen oder nicht? Oder werdet ihr einfach herumsitzen und sagen, Ich kann nicht, das ist zu schwer. Das ist der Teufel. Der Teufel lässt mich nicht in Ruhe. Ich hatte keinen guten Start in meinem Leben. Oder werdet ihr sagen, Hört zu, ich bin ein Kind Gottes. Ich wurde erlöst. Ich wurde dem Teufel abgekauft. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich gehe aufwärts, nicht abwärts. Ich bin das Haupt und nicht der Schwanz. Ich bin oben und nicht unten. Ihr müsst heute eine klare Grenze ziehen und sagen, Hier ist meine Ansage. Es ist vorüber. Ich habe den Sieg. Und ich habe ihn jetzt. Nicht morgen, nicht eines Tages. Ich habe ihn jetzt. Und ich fange an, darin zu leben. Nun kommt. Lasst uns Gott loben. Als Christen haben wir die von Gott gegebene Autorität, unsere Reaktion auf unsere Umstände zu ändern. Und das tun wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte heißt es, aber ihr werdet Kraft, Fähigkeit, Tüchtigkeit und Macht empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihre Umstände müssen nicht ihr Verhalten bestimmen. Wie Sie sehen, halte ich zu. Zwillinge auf dem Arm. Sie sind einen Monat alt, aber stark unterernährt. Mir wurde gesagt, dass es Hoffnung für sie gibt, aber dafür müssen wir zunächst einmal die Mutter gesund ernähren, damit sie ihre Babys stillen und versorgen kann. Gestern hatten wir ein anderes Zwillingspaar hier, von denen eines leider aufgrund von Unterernährung starb. Aber mit ihrer Hilfe können wir diese beiden retten. Sie sind einfach süß. Aber sie sind so winzig, so winzig. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, eine positive Veränderung im Leben der Menschen hier in Äthiopien zu bewirken. Sie sind nicht auf den Mund gefallen, tragen ihr Herz auf der Zunge und machen sich damit nicht nur Freunde? Worte haben große Macht. Zu diesem Thema gibt es ein Buch von Joyce Meyer. Ich und meine große Klappe. Lernen Sie, Gutes auszusprechen oder sich auch mal auf die Zunge zu beißen. Bestellen Sie das Buch Ich und meine große Klappe. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.